Und damit Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon Uranium. Wir machen jetzt bei der Arena weiter, schauen, wie gut wir uns diesmal durch G-Sky zu durchschlagen. Also nicht immer diese, die wir uns hier aktivieren und dann sehen wir für einen kurzen Moment den Weg und wir müssen uns anmerken. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. Okay, das ist gut. Ja! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war ja gut. Jetzt muss ich mal kurz was dann im Training machen. Ich muss mal kurz was dann im Training machen. Oh, süß. Okay, das hat er so gemacht. Wie gesagt, die Schutzgeister werden dir beim nächsten Mal diesen Line schon helfen. Jetzt ist das Ganze. Speichert und ausgemacht. Ich wünsche euch also noch einen schönen Tag. Macht's gut und tschüss. Ich wünsche euch auch noch einen schönen Tag. Für mich ist es wichtig, dass wir uns das nicht sehen.